Der 1. Jänner 2022 werfen wir die Neujahrsvorsätze über Bord. Nein, Moment. Das war anders. Das war anders geplant. Ich begrüße euch. Wartet mit dem Brechen der Neujahrsvorsätze noch ein wenig. Vielleicht habe ich eine bessere Idee für euch. Wer bin ich? Nun, mein Name ist Robert. Ich betreibe hier auf YouTube zwei Kanäle. Einen unter dem Namen Ich Rauche Nicht. Wer Bock hat, schaut da gerne mal vorbei. Ich verkaufe nichts, keine Angst. Ich mache jetzt keine Kurse, verkaufe keine Produkte. Ich verdiene mit dem Ganzen hier null, nothing, nada. Reines Hobbyprojekt, aber vielleicht für einen oder anderen sogar nützlich. Ich möchte lediglich allen Rauchern, die sich jetzt vorgenommen haben, im neuen Jahr mit dem Rauchen aufzuhören oder es zumindest einzuschränken, eine Möglichkeit zeigen, einen Weg zeigen, wie es vielleicht funktionieren kann, wie es bei mir funktioniert hat. Wie gesagt, ich verdiene daran gar nichts. Ihr könnt allerdings vielleicht etwas dazu gewinnen. Also es lohnt sich vielleicht, dieses Video anzusehen. Ich war 26 Jahre Raucher. Man kann sagen, starker Raucher. Ein bis zwei Packungen pro Tag gingen schon mal weg. Also hier spricht jetzt nicht der Blinde von der Farbe. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne Aufhörversuche en masse. Und ja, viele, viele sind gescheitert. Fast alle sind gescheitert. Bis eben zu meinem letzten Versuch. Und der ist jetzt auch schon lange Jahre her. Und ich bin jahrelanger Nichtraucher. Herzkreislauf, Lunge, Blutgefäße. All das eigentlich in einem mittlerweile wieder recht gutem Zustand. Recht gut heißt, ja, die irreparablen Schäden. Er kann man natürlich nicht mehr wieder gut machen. Aber sogar die Lungenfunktion ist bei mir wieder nachweislich besser. Ich bin auch in Betreuung bei einem Lungenfacharzt. Und der bestätigt mir die verbesserten Werte immer wieder. Und ja, ich bin Nichtraucher dank der E-Zigarette. Deswegen hier auch hier so die Dampferschule. Komme ich dann später nochmal kurz dazu. Ja, die E-Zigarette hat mich dann letztlich von der Tabakzigarette weggebracht. Ich habe keinerlei Entzugserscheinungen gehabt beim Wechsel von der Tabakzigarette auf die E-Zigarette. Warum? Nikotin ist ja nach wie vor in diesem Produkt, wenn gewünscht, vorhanden. Aber ich inhaliere Dampf. Dampf ein anderer Aggregatszustand von Flüssigem und somit also keine Verbrennungsrückstände. Jeder kennt diesen Ausdruck Thea, 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 den man sich da angeblich hier in die Lunge wirft beim Zigarettenrauchen. Und ja, das ist natürlich nicht der Thea, dieser Straßentea. Es ist genau dieser Verbrennungsrückstand, der eben erzeugt wird, wenn ich eine Zigarette anzünde. Inhaliere ich Dampf, habe ich das eben nicht und deswegen ist ein Dampfer kein Raucher, denn ich nehme keine Verbrennungsrückstände zu mir. Klingt jetzt vielleicht für einen oder anderen nach Wortglauberei. Glaubt mir aber, es ist ein Riesenunterschied. Nein, ich komme jetzt nicht mit Statistiken und Zahlen, wie viele Tote gibt es pro Jahr in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wo auch immer, aufgrund von Spätfolgen des Rauchens. Wie viele Raucherzahlen gibt es, mit welchem Alter fängt man an und was auch immer. Das könnt ihr alles selber ansehen. Heute ist ja der 1. Jänner 2022. Da möchte ich nicht mit so harten, negativen Fakten kommen. Jedem Raucher ist doch bewusst, dass Rauchen ungesund ist. Das ist gar kein Thema. Und ich möchte nicht jetzt gleich das neue Jahr verderben. Ich habe es mir immer wieder vorgenommen, zum 31.12. Weniger essen, weniger trinken, mehr Sport, weniger rauchen. Ja, wenigstens das Nichtrauchen habe ich dann letztlich irgendwann geschafft. Versucht also, wenn ihr euch gestern selbst geschworen habt, nie wieder rauchen. Das für euch selber einzuhalten. Schwer genug, auch mit der E-Zigarette geht es nicht von selber. Der Wille muss natürlich da sein. Man muss es wirklich wollen. Dann kann es funktionieren. Steht ihr aber jetzt gerade hier verkatert auf, macht jetzt hier YouTube an und seht jetzt irgendeinen Robert, der jetzt irgendetwas davon E-Zigarette labert. Und ihr starrt auf den Tisch und seht, die vermeintlich rettende Tabakzigarette, raucht sie euch an. Und schaut dieses Video trotzdem bis zu Ende. Ihr habt jahrelang geraucht, da kommt es jetzt auf die eine wirklich nicht mehr darauf an. Aber vielleicht solltet ihr, wenn die Geschäfte wieder öffnen, nicht sofort wieder in den Tabakladen laufen, in die Trafik laufen, um neue Zigaretten zu kaufen. Sondern vielleicht überlegt ihr euch heute ein bisschen mehr Recherche. Es ist ein Tag für zu Hause, zum Ausschlafen und nebenbei ein bisschen Fernsehen. Googelt mal ein bisschen rund ums Thema E-Zigaretten. Es ist jetzt hier nicht möglich, in einem kurzen Video das Ganze hier aufzubreiten. Schaut es euch selber an, googelt nach Videos und seht, was da alles auf euch zukommen könnte. Im Positiven natürlich. Und beratet euch selbst mal vorerst ein bisschen und geht dann in den Vape-Shop, in den Dampferladen, also in den Fachhandel für E-Zigaretten. Die Mitarbeiter dort sind es gewohnt, Fragen zu beantworten, Fragen zu bekommen. Die sind also Beratung gewohnt und werden euch helfen, das richtige Setup, das richtige Gerät für euch zu finden, das euch den Umstieg erleichtern kann. Keine gelben Finger mehr, keine stinkende Kleidung mehr, keine stinkenden Haare mehr. Man bekommt wieder Luft. Man kann in den zweiten Stock hoch, ohne eine halbe Stunde Pause machen zu müssen. Der morgendliche Husten ist weg, habe ich nicht mehr, kein Auswurf, furchbares Thema, ist aber so, kennt man, alles weg. Und nein, es gibt keine Erfolgsgarantie. Es gibt Menschen, die schaffen den kalten Entzug, es gibt Menschen, die schaffen es mit Nikotienkaukumen, Nikotienpflaster, Nikotinspray. Hypnose, ich habe das alles versucht, gut, die Hypnose ehrlich gesagt nicht, alles andere habe ich durch. Und es war bei mir alles im Vornherein eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Warum? Mir fehlte diese Ersatzhandlung nach dem Aufstehen, nach dem Essen, nach dem Sex, nach dem Streit, nach dem, egal, nach Hause kommen und zu Hause relaxen. Und dann habe ich mir mal eine Zigarette angezündet. Und das fehlt mir natürlich, wenn ich jetzt hier nur Kaugummi kaue, das ist jetzt nicht das Gleiche. Aber bei der E-Zigarette streicht einfach nur das Wort Zigarette und setzt E-Zigarette ein. E-Zigarette nach dem Aufstehen, E-Zigarette nach dem Sex, E-Zigarette nach dem Streit, E-Zigarette nach dem Essen, E-Zigarette beim Trinken am Abend mit Freunden. Alles möglich. Die Ersatzhandlung hat mir geholfen, eben keine Entzugserscheinungen zu bekommen. Egal, wie ihr es schaffen werdet, von der Tabakzigarette wegzukommen, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute auf dem Weg dorthin. Toi, toi, toi. Wenn ihr mehr zum Thema E-Zigarette erfahren wollt, ja, hier auf YouTube seid ihr auf jeden Fall richtig. Schaut euch noch ein bisschen um. Es gibt mehrere Leute, die zu diesem Thema hier Videos machen. Auch auf meinem Kanal, ich rauche nicht, gibt es Einsteiger-Videos. Wer Bock hat, jeden zweiten Samstag auch auf Twitch in einem Livestream, da werden Einsteiger-Themen durchgenommen. Eben in der Sendung, die Dampfer-Schule. Nochmal ein schönes 2022 an alle. Prosit im Nachhinein. Macht es gut und macht es besser auf dem Weg zum Nichtraucher werden. Macht es gut. Tschüss. Macht es gut. Tschüss.